Ich habe Nemesis im Descent mittlerweile mehrmals gelegt, unter anderem auch in meinem Stream. In diesem Video gebe ich dir ein paar Tipps mit, wie du im Descent besser überlebst, weiterkommst und auch Nemesis besiegen kannst. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Wie in der Einladung gesagt, heute geht es um den Descent, um den neuen Spiegelinhalt in der Division 2. Gleich mal vorweg, das ist jetzt kein Guide. Also es gibt für diesen Game-Modus jetzt nicht ein Bild, das man vorstellen kann oder die 100%ige Lösung, um alles zu schaffen. Was ich euch aber erklären kann ist, wie geht ihr vor im Descent, wie müsst ihr euch verhalten, was sind gute Talente und vor allem auch, welche Tricks könnt ihr anwenden, um bis zum Endboss zu kommen. Somit beginnen wir mit der Auswahl der Waffe und eurer Fertigkeit. Bei der Waffe, hier empfiehlt es sich, entweder Sturmgewehr oder LMG zu nehmen, wenn verfügbar. Am Anfang, Schrotflinten, auch noch eine sehr gute Wahl. Ist halt euch überlassen, mit was ihr euch wohlerfüllt. Bei den Fertigkeiten, hier gleich was Generelles. Wenn ihr bis Nemesis kommen wollt, nehmt in dem Lauf zu Nemesis keine Stürmerdrohne, keinen Geschützturm oder sonst irgendwas, sondern Fertigkeiten, die euch persönlich helfen. Also zum Beispiel ein Wiederbeleber, einen Störsender oder ein Schäumer. Solche Sachen, die ihr euch halt nicht in ein Problem später bringen können, verwendet hier also wirklich nur Fertigkeiten, die euch was bringen und nicht dem Gegner. Denn Nemesis wendet das gegen euch an, gleich mal als Spoiler und so Scharfschützentürme und so weiter, die Wonshotten euch. Und deswegen aufpassen bei der Auswahl der Fertigkeit. Jedes Mal, wenn ihr startet, vergesst auch nicht alles aufzufüllen. Ihr müsst es manuell machen. Es gibt drinnen keine Munition, es gibt drinnen im Descent nicht irgendwie, wo ihr Reparaturpacks herbekommt. Ihr müsst immer alles auffüllen. Deswegen nehmt euch die Zeit, geht hin und drückt drauf. Auch wenn ihr denkt, ihr seid voll, immer alles trotzdem anklicken und auffüllen. Kommen wir jetzt zu den Räumen selbst. Wir haben mehrere Schwierigkeitsstufen. Normal, mittel und schwer. Vor allem am Anfang. Die ersten Schleifen, hier geht ein bisschen vorsichtiger um. Ihr habt am Anfang auch keine Talente. Ihr habt keine Rüstung, keine Rüstungstalente, keine Schadenstalente, gar nichts. Das heißt, ich empfehle, gerade einmal in der Schleife 1, die ersten Räume wirklich nur mal auf normal oder mittlerer Stufe zu spielen. Wo ist der Unterschied bei den Stufen? Naja, die Gegner werden schwerer, das ist ganz klar. Ihr bekommt, wenn ihr schwerer spielt, mehr von der Währung. Die braucht ihr für den Shop, zu den kommen wir gleich. Und die Nemesis Anzeige fühlt sich schneller, desto leichter ihr spielt. Habt das am Anfang noch nicht im Auge. Das könnt ihr bei der Schleife ab 3 oder 4 machen, dass ihr sagt, okay, ich habe schon ein paar Talente. Ich kann schon relativ gut mit Schaden umgehen. Ich stecke auch schon ein bisschen was ein. Dann könnt ihr schwerer spielen, dann dauert es halt länger bis zur Nemesis. Aber mein Tipp für die Schleife 1 und 2, versucht niedrige Level zu spielen und natürlich auch das, was ihr braucht. Und hier gleich mal zu den Tipps, was braucht ihr am Anfang? Braucht ihr viel Schaden oder Rüstung oder Gelb? Mein Tipp am Anfang, besorgt euch mal Blau. Schaden bekommt ihr dann später noch. Ihr müsst im Moment überleben. Das heißt, spielt so gut es geht am Anfang auf blaue Talente. Denn die bringen euch eigentlich viel, viel mehr, vor allem in der Schleife 1 und 2, als rote Talente. Ich zeige euch jetzt hier ein Beispiel in der Schleife 1. Hier, wenn ihr hineingeht, ihr müsst natürlich schauen, wo sind die roten Türen, woher kommen die Gegner. Und wenn ihr euch ausgesucht habt, wo ihr in Deckung geht, dann schießt bitte diese ganzen Gasflaschen oder Spritkanister oder sonstiges einmal weg. Denn die tun euch viel, viel mehr weh als den Gegnern. Das heißt, macht euch selbst mal Platz. Sobald die Gegner kommen, es ist hier ein Deckung-Shooter. Ihr könnt euch nicht hier hinstellen und facen. Geht in Deckung, bleibt in Deckung. Schaut ganz genau, auch oben auf der Map. Deswegen habt ihr sie nämlich aktiv. Wo sind die Gegner? Sniper, Heavies, die immer sofort weg. Also alles was Rüstung hat, snipert oder euch irgendwie stannen kann. Genauso wie Heiler. Die müsst ihr als erster weg machen. Also schaut ganz genau, wo ist wer. Techniker und so weiter, die könnt ihr später machen. Ebenso Raketenwerfer, hier die tun wirklich weh. Und hier passt auch ein bisschen auf, wenn hinter euch eine Wand ist. Und es schießt jemand mit einer Rakete auf euch und die fliegt drüber. Die trifft euch trotzdem. Denn der Detonationsradius ist relativ groß. Deswegen, nur Deckung reicht manchmal nicht. Passt hier wirklich auf, wenn ihr von Raketenwerfern beworfen werdet. Dass nicht unbedingt gleich eine Wand hinter euch ist. Den Raum haben wir jetzt fertig und wir können unser Talent wählen. Wie schon in der Einleitung, beziehungsweise in der Erklärung gesagt, ihr könnt Rot, Gelb und Blau wählen. Und hier natürlich, es gibt hier Talente, die bevorzugt werden. Was wird bevorzugt? Naja, alles was euch Rüstung bringt, geht nicht auf irgendwas als irgendwie Crit-Schaden oder so. Das könnt ihr alles vergessen. Was wir brauchen ist eigentlich Waffenschaden. Wir brauchen Geld, wir brauchen größere Munition, schnellere Feuerrate. Sowas benötigen wir. Und auch Rüstung durch Kills zum Beispiel. Ich habe in diesem Lauf dann noch etliche Sachen dazu bekommen. Das sehen wir uns aber gleich an. Deswegen versteift euch hier nicht, es muss alles Rot sein, sondern schaut ganz am Anfang. Gelb und Blau ist der Way to go. Vor allem in der Schleife 1 und 2. Sollt nichts dabei sein, was euch interessiert, dann könnt ihr auch rerollen. Das heißt, ihr habt unten die Option, dass ihr nochmal, wenn ihr genug Währung habt, andere Talente bekommt. Oder ihr gebt sie komplett zurück. Dann bekommt ihr 250 von dieser Währung. Das heißt, ihr nehmt dann gar nichts mit, sondern nur die Währung. Und wenn wir schon bei der Währung sind, wir haben immer wieder zwischendurch, das ist auch angeschrieben in Räumen, diesen Shop. In diesem Shop hier bekommt ihr eure Hillpacks, also zum Heilen, Granaten und vor allem auch Munition. Bei der Munition nehmt die mit, die ihr gebracht. Bei mir war es eben Sturmgewehr. Und solltet ihr irgendwo mal Schockmunition sehen, wechselt auf eure Pistole und nehmt euch Schockmunition mit. Warum? Das sehen wir dann beim Boss. Also solltet ihr wirklich die Option wo haben, Schockmunition, die ist nicht immer. Dann bitte auf eure Pistole wechseln, wie gesagt, und nur dort diese Schockmunition reinmachen. Und wieso wir die Schockmunition brauchen, das seht ihr hier in dem Beispiel. Ich bin hier beim Boss, bei der Schleife 1, habe also hier den letzten Raum, bin in der Arena. Die Gegner, die anderen, die kann ich ganz normal machen. Jedoch die Bosse, hier wechsle ich auf meine Pistole, Schock in und dann kann ich ihn mit meiner Air runterschießen. Und das ist ebenso der Way to go. Ihr müsst mit der Umgebung spielen, das heißt mit Brandsachen, also diesen ganzen Gasflaschen und so weiter. Aber auch mit der Munition. Also wenn ihr Schockmunition findet, ab in eure Pistole, denn die hilft ungemein bei Bossen. Und vor allem, ihr nehmt die Munition auch in jeder Schleife mit. Das heißt, ihr verliert das nicht, sondern wenn ihr das in der Pistole habt, dann nehmt ihr es dann auch in die nächste Schleife mit. Geht also nicht verschwenderisch damit um, sondern spart euch diese Munition auf. Bei den Exotalenten gibt es natürlich auch welche, die wir bevorzugen. Bevorzugt wären Bullet King. Hier müsst ihr dann nur aufpassen, wenn ihr irgendwo rote Talente drinnen habt, die von Nachladen oder von der Magazingröße abhängig sind. Die wirken dann natürlich nicht, aber Bullet King, ebenso wie Outcasts, also die Seuche der Outcasts. Oder Blutsauger, Wahnsinns-Talent. Ich selbst spiele jetzt dann gleich noch Blutsauger weiter. Ihr werdet es an der Rüstung sehen. Das ist ein Talent unbedingt mitnehmen. Wenn ihr Blutsauger habt, das ist wieder mal, ja, der Way to go. Nehmt das mit. Blutsauger, Hammer-Talent für den weiteren Fortschritt. Das nächste, was ihr noch auswählen könnt, ist zwischen Waffenschaden, Rüstung und Fertigkeitsschaden. Und hier bitte wirklich Schleife 1, 2 und 3 Rüstung mitnehmen. Alles auf Rüstung. Ihr braucht die. Waffenschaden, holt euch dann über die Talente, die ihr bekommt. Aber hier Rüstung mitnehmen für Schleife 1, 2 und 3. Wenn ihr eine Schleife fertig habt, kommt wieder der Raum, wie zu Beginn. Und hier könnt ihr wieder auswählen mit der Ingame-Währung, die ihr zerfarmt habt, was ihr wollt. Ich schlage euch vor, Munition und Healpacks ist die Regel Nummer 1. Und erst die anderen Sachen kaufen, wie ich brauche noch einen roten Platz oder einen blauen Talentplatz. Das könnt ihr später machen. Am Anfang besorgt euch Munition und Healpacks. Des Weiteren habt ihr dann die Auswahl für eine neue Waffe oder Fertigkeit. Hier könnt ihr nur eines auswählen. Hier passt also auf, wenn ihr keine Waffe braucht, wenn ihr sagt, okay, es reicht eh, dann schaut bei den Fertigkeiten. Und hier ebenso, solltet ihr einen Wiederbeleber oder einen Störsender haben, den bräuchten wir für Blacktask-Hunde zum Beispiel. Überschreibt auch gerne eine Fertigkeit, wenn ihr schon eine habt. Aber nehmt dann unbedingt einen Wiederbeleber oder Störsender mit. Am besten beides, denn den Rest machen wir dann über die Waffe. Deswegen hier auch wieder aufpassen, was ihr mitnehmt. Und dann, bevor ihr loslegt, wieder alles voll machen. Munition holen, Granaten holen und Healpacks holen. Als guter Letzt hier habe ich euch mal so eine Zusammenstellung gegeben, mit dem habe ich zum Beispiel Nemesis geschafft. Ihr seht, ich habe Blutsarger oben und habe Kugelhölle als letzter bekommen. Das war kurz davor. Dadurch hebele ich mir aber natürlich ein rotes Talent aus. Aber kein Problem. Kugelhölle, Hammer mit der Erde zu spielen. Blutsarger, wenn ihr Gegner killt, bekommt ihr Rüstung. Ebenso, wie ihr seht, ich habe drauf mehrere gelbe, größere Munition. Die flinke Hände, die könnt ihr vergessen. Die waren von davor, bevor ich die Kugelhölle hatte. Das könnt ihr also vernachlässigen. Aber ihr seht, so ist ein Bild, das ich halt gespielt habe. Mit relativ viel Gefahrenschutz. Das heißt, ich habe hier, man sieht eh viel Rüstung. Die könnt ihr jedes Mal dann holen, wenn ihr eine Schleife abgeschlossen habt. Ihr seht, wenn Gegner näher kommen, bekomme ich Rüstung. Ich habe Rüstung durch Kills. Ihr seht also, es geht sehr, sehr viel über die Rüstung. Ihr müsst hier unbedingt schauen, dass ihr immer genug Rüstung habt. Lasst euch nichts einreden, alles rot. Nein, also alles rot macht keinen Sinn. Schaut, dass ihr es ausbalanciert. Schaut, dass ihr die vernünftigsten Talente mitnehmt. Nicht unnötig. Schild braucht ihr nichts mitnehmen. Spielt auch kein Schild. Braucht niemand im Decent, sondern wirklich einfach die Talente, die euch wirklich helfen. Und wie ihr auch seht, bei den Fertigkeiten nichts, was euch selber killen könnte bei Nemesis. Den letzten Tipp, den ich noch habe, ist, wenn ihr abgeschlossen habt, also Nemesis vorbei habt. Oder auch draußen seid, also rausgeflogen seid. Ihr bekommt immer Währung. Und mit dieser Währung könnt ihr bei der NSA Station euch zusätzliche Sachen holen. Und hier auch zu Beginn, macht alles, was Rüstung betrifft. Rüstung durch Kills, Leben durch Kill und so weiter. Also alles, was euch mal blau bringt. Denn überleben, das ist die Sache da drinnen. Nicht der Damage. Es ist wirklich überleben. Damage könnt ihr machen, wenn ihr überlebt und nicht, wenn ihr tot seid. Und deswegen hier ebenso bei der NSA Station baut euch das Bild, beziehungsweise euch so auf, dass ihr halt viel Rüstung durch Kills habt und so weiter. Schutz vor Elite. Ganz, ganz wichtig diese Sachen. Ja und somit ich hoffe, mein Guide hilft euch weiter. Er war relativ fix, relativ kompakt. Doch, ich hoffe trotzdem, er hilft. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal. Charlie, du da ist noch jemand. Was? Ja bis zum Ende geguckt. Es auch mehr. Was mache ich jetzt? Ja, dann sage ich Ihnen das mit den zwei Videos. Die Videos, ja okay. Das Abo, hier unten. Und die Glocke nicht vergessen zu drücken. Ja und die Glocke nicht vergessen zu drücken. Ja habe ich, habe ich gesagt, habe ich.